Nachdenkseiten. Die kritische Website. Eine mehrstündige öffentliche Zeugenbefragung von Lothar Wieler, dem ehemaligen Leiter des Robert-Koch-Institutes RKI-Stadt. Später äußerte sich Brigitte Keller-Stanislavski in ihrer ehemaligen Funktion als Leiterin der Abteilung Sicherheit von biomedizinischen Arzneimitteln und Diagnostika im Paul-Ehrlich-Institut PEI. Die Autorin Dr. Christine Born ist Diplom-Journalistin, freie Journalistin und Autorin und lebt in Baden-Württemberg. An der Pforte wurden Besucher und Vertreter der Medien kontrolliert. Es waren etwa 30 Beobachter zur Stelle. Zuerst einmal hieß es für sie, auf dem Gang zu warten, bevor gegen 10.30 Uhr der Sitzungssaal geöffnet wurde. Ein großer, heller Saal mit bodenlangen Fenstern, mit Ausblick auf die breite Straße. Die 21 anwesenden Abgeordneten aller Fraktionen im Hufeisen sitzend, oben der Ausschussleiter Daniel Eichelbaum von der CDU. Am unteren Ende die Plätze der Zeugen, dahinter die Besuchereien. Lothar Wieler hatte einen Stichwortgeber aus dem Bundesgesundheitsministerium, Heiko Rottmann-Großner, Leiter der Unterabteilung 61 Gesundheitssicherheit, dabei. Der Mitarbeiter aus dem Gesundheitsministerium saß zuerst direkt neben Wieler, musste allerdings später auf Wunsch einiger Abgeordneter weiter von ihm abrücken, der Zeuge solle während der Befragung nicht beeinflusst werden. Und Rottmann-Großner, der seine Aufgabe ernst genommen hatte, geflüstert und Stichwortzettel zugeschoben hatte, beschränkte sich ab diesem Zeitpunkt im Sitzungssaal aufs Beobachten und Protokollieren. Immer wieder gab es zwischendrin Diskussionen mit dem Ausschussvorsitzenden über Verfahrensfragen. Diese fanden dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, woraufhin sich der Pult der Besucher jedes Mal erheben und den Saal verlassen musste. Vor der Tür des Sitzungssaales wurde dann über Demokratie und Transparenz diskutiert. Hinter der Tür ging es gleich zu Anfang um die Frage der Aussagegenehmigung, die die Antwortmöglichkeiten des Beamteten ehemaligen RKI-Chefs einengte. Und damit auch das Fragespektrum der Abgeordneten. Die Aussagegenehmigung war wohl sehr spät am Vorabend bei den Abgeordneten per E-Mail eingegangen. Und mehrere Abgeordnete plädierten dafür, dass sie öffentlich verlesen werden sollte, um Gesprächseinschränkungen transparent zu machen. Dieser Forderung wurde nicht stattgegeben, wobei Christine Wernicke von den Freien Wählern die Rechtmäßigkeit einer solchen Aussagegenehmigung hinterfragte. Von vornherein durften die Abgeordneten nur Fragen stellen, die einen Bezug zum Bundesland Brandenburg hatten. Die Volksvertreter, insbesondere der Fraktionen der CDU, der AfD, der Freien Wähler und stellenweise auch der SPD, waren gut auf die Zeugenvernahme vorbereitet und stellten ihre vielen Fragen in raschem Takt hintereinander. Die Grünen hatten sich offensichtlich dazu entschlossen, nichts zum Aufarbeitungsprozess beizutragen, dem die Mehrheit der Deutschen, darunter viele Wissenschaftler, eine hohe Bedeutung beimisst. Die Linke hatte das Bedürfnis, in ihren Redebeiträgen harmonisches Einvernehmen mit dem Zeugen zu präsentieren. Die öffentliche Befragung dauerte etwa sechs Stunden, es gab mittags eine Pause von einer halben Stunde. Lothar Wieler, 62 Jahre alt, wirkte verständlicherweise manchmal gestresst. Es wurde deutlich, dass demokratische Aufarbeitung für alle aktiv Beteiligten anstrengend ist. Dieser Prozess verdient daher Respekt, Anerkennung und Würdigung. Umso bedauerlicher, dass kaum Leitmedien vertreten waren, die an der Dokumentation dieser politischen Pionierarbeit interessiert waren. Auf Anfrage des Ausschussvorsitzenden gab Wieler ein Statement zur Aufgabe des RKI im Rahmen des Corona-Geschehens ab. Man unterstützte die unabhängig und wissenschaftlich agierende ständige Impfkommission STIKO mit Analysen und Modellierungen und veröffentlichte ihre Empfehlungen. Das RKI berate außerdem das Bundesgesundheitsministerium bezüglich Impf- und Teststrategien gegenüber der Bevölkerung. Er beschrieb das RKI als eine Kommunikationszentrale, die Informationen sammle und nach außen weitergebe, auch international. Die Länder meldeten beispielsweise ihre Krankheitsfälle an das RKI. Die Gesundheitsreferenten der Länder stünden im Kontakt mit dem RKI. Das Land Brandenburg, so betonte Wieler mehrfach, hätte man seines Wissens nach nicht direkt beraten, sondern nur über die Arbeitsgruppe Infektionsschutz AGI, in der die Gesundheitsreferenten der Länder zusammenarbeiteten, und über die Veröffentlichung von Daten. Auch zwischen Landesgesundheitsämtern und RKI hätte es keine direkte Kommunikation gegeben, erklärte Wieler. Nur nach Zustimmung der Landesregierung in Einzelfällen. Ihm war auch nicht bekannt, dass es eine Empfehlung gegen die Obduktion von Covid-19-Toten gegeben hätte, dann ausweichend, zur Weitergabe und Berücksichtigung der Krankenkassendaten könne Abteilung 3 des RKI etwas sagen. Zur Erinnerung. Der ehemalige Vorsitzende der Betriebskrankenkasse BKK ProVita, Andreas Schöfbeck, hatte das PEI auf alarmierende Impfschäden laut der vorliegenden Krankenkassendaten hingewiesen und war daraufhin entlassen worden. Man wollte seine Warnsignale nicht hören. Das RKI gab ausschließlich Empfehlungen. Wielers Aussage, das RKI hätte ausschließlich Empfehlungen gegeben, stieß auf den entschiedenen Protest der Abgeordneten Saskia Ludwig von der CDU. Wenn es doch nur bei Empfehlungen geblieben wäre, meinte sie, und verwies auf die Schulschließungen. Sie sprach die massiven Folgeschäden der Lockdowns für Kinder und Jugendliche an, die durch Covid-19 nicht gefährdet und auch keine Krankheitstreiber waren. Sie kritisierte die unverhältnismäßigen und drastischen Einschränkungen der Grundrechte. Keine erkennbare Reaktion des Zeugen. Der Abgeordnete und Arzt Hans-Christoph Berndt von der AfD hinterfragte diese Aussage des ehemaligen RKI-Chefs ebenfalls. Ob ihm als ehemaligem RKI-Leiter nicht bewusst sei, dass die Empfehlungen des RKI wie Gesetze behandelt würden. Betrachte man etwa das Vorgehen der Justiz oder der Polizei. Sogenannte Empfehlungen des RKI würden zur Begründung von Urteilen vor Gericht herangezogen. Die Empfehlungen des RKI hätten demnach eindeutig bindenden Charakter. Keine Reaktion des Zeugen. Warum aber kann Wieler nicht zu der Wirksamkeit und den weitreichenden Folgen, die die Arbeit des RKI gesamtgesellschaftlich auf vielen Ebenen hat, stehen? Er müsste sich doch eigentlich über die hohe Effektivität seines Instituts freuen. Das RKI war nicht zuständig. Nicht alle Detailfragen konnte der ehemalige Leiter des RKI beantworten. Zitat Daran kann ich mich nicht erinnern. Zitat Ende Er durfte sie auch nicht alle beantworten. Denn der Ausschussvorsitzende erklärte immer wieder Fragen als unzulässig, besonders wenn es um spannende Fragen ging. Etwa zur grundsätzlichen Feststellung der pandemischen Lage, zur Notwendigkeit von Impfstoffen überhaupt, zur Überlastung der Krankenhäuser, der kontinuierlichen Streichung von Intensivbetten in den Corona-Jahren oder der Erzeugung von Krankheitsdynamiken durch Teststrategien. Kann ein PCR-Test nachweisen, ob jemand infektiös ist, lautete eine Frage. Nein, antwortete Wieler, bevor es hieß, diese Frage sei unzulässig. Das RKI sei für die Wirksamkeitsprüfung der Covid-Impfstoffe nicht zuständig. Das sei Aufgabe des PEI, das auch die Impfstoffe zulasse. Das RKI beobachte die Impfeffektivität in der Bevölkerung nachträglich, in Post-Marketing-Studien, kurz PMS. Dabei werde die Leistungsfähigkeit von Medizinprodukten in Anführungszeichen im Feld, sprich in der Bevölkerung überprüft. Post-Marketing – eine interessante Bezeichnung und Assoziation, wenn es um Medizin, Gesundheit und Menschenleben geht. Wenn Politiker mit unsachgemäßen Äußerungen breit Panik schürten oder bis ins hinterste Dorf mit falschen Versprechungen oder auch persönlichen Herabsetzungen Impfbereitschaft erzeugten, dann machte das RKI sie nicht darauf aufmerksam, denn, so Wieler, sie hätten das Recht auf freie Meinungsäußerung. Grundsätzlich sei aber Panikmache keine Sache von Public Health. Die Effektivität der Impfung ist hoch. Es stellten sich Schwerpunkte im Laufe der Befragung heraus. Denn bestimmte Themen wurden von den Abgeordneten mehrfach angesprochen oder vom Ausschussvorsitzenden mehrfach nicht zugelassen. Anzeichen von Nervosität beim Befragten und die Spannungssteigerung in der Öffentlichkeit machten auf brenzlige Themen aufmerksam. Solche Brennpunktthemen waren Impfstoffsicherheit, Impfnebenwirkungen, Impftote, Folgeschäden durch Maßnahmen, fehlende Impfeffektivitätsstudien des RKI, Fragen nach der Verantwortung. Wieler berief sich auf Studien, die das RKI untersucht und bewertet hatte, sprich hohes Kompetenzniveau. Diese Studien versprechen eine hohe Wirksamkeit der Impfstoffe. Zwar sei der Impfschutz vom RKI immer wieder neu eingeschätzt worden, aber Menschen, die geimpft seien, reduzierten die Weitergabe des Virus und schieden weniger Viren aus. Wieler argumentierte wiederholt mit den Zahlen der WHO, 14,4 Millionen Menschenleben seien weltweit durch die Covid-19-Injektionen gerettet worden. Das Kosten-Nutzen-Risiko sei nach wie vor gut für die Impfung. Der Schutz einer Covid-19-Impfung sei höher als eine durchgemachte Infektion. Eine Erkrankung berge mehr Risiken als die Impfung. Ethische Fragen stünden nicht zur Debatte, weil es sich um einen zugelassenen Impfstoff handele. Der Lockdown sei nicht vom RKI gekommen, hätte aber das Infektionsgeschehen massiv reduziert. Probleme bei der Impfung von Schwangeren waren für Wieler bedeutungslos vernachlässigbar. An Empfehlungen des RKI zum Impfstoffkauf, der Abgeordnete Lars Hünnig von der AfD fragte danach, könne er sich nicht erinnern. Bei solchen Aussagen Wielers blieben Reaktionen wie verzweifeltes Lachen oder resignierte Reaktionen der Öffentlichkeit nicht aus. Fördert die Aufarbeitung, Fachwissen, fokussierte Fragen, Beharrlichkeit und Selbstbewusstsein. Lothar Wieler behielt während der anstrengenden Befragung meist die Kontenanz und bewies auch Humor. Bei der Befragung durch Saskia Ludwig, die ihn auf seine widersprüchlichen Aussagen zu Ungeimpften, die 2G- und 3G-Plus-Maßnahmen und die Veränderung des genesenen Status ansprach, verlor er kurz die Beherrschung und warf ihr bösartige und tendenziöse Unterstellungen vor. Die wehrhafte Christdemokratin ließ sich jedoch nicht beirren und konterte, dass es doch wohl darum gehe, die Schwachstellen der Corona-Politik herauszuarbeiten, um künftig Fehler zu vermeiden. Wieler stimmte ihr schließlich zu und meinte später, er trete ebenfalls für eine seriöse Evaluation der Maßnahmen ein. Die unnachgiebige Klarheit der Abgeordneten zeigte, welche Qualitäten den Aufarbeitungsprozess fördern. Gründliches Wissen, Schlagfertigkeit, ein gesundes Selbstbewusstsein und dranbleiben. Ludwig brachte übrigens auch die anfangs oft tödlich verlaufende Beatmungspraxis in den Kliniken ein. Hans-Christoph Bernd konnte in seinem Fachwissen punkten, als er über die englischen Daten sprach. Die Datenlage rund um Corona waren in Großbritannien über die Jahre hin wesentlich belastbarer als in Deutschland. Und diese Daten sagen aus, dass die Covid-19-Impfung die Chance auf eine Erkrankung eher erhöht und auch vor schweren Verläufen und Tod nicht schützt. Bieler sagte, dass ihm diese Daten nicht bekannt seien. Und das trotz der internationalen Ausrichtung des RKI. Die Aussagen im Europaparlament von Janine Small, Präsidentin für internationale Entwicklungsmärkte bei Pfizer, dass der Impfstoff nicht auf seine Wirksamkeit hin überprüft worden sei, waren Bieler bekannt. Aber er äußerte sich in der Sitzung im Landtag nicht weiter dazu. In einem Interview auf Phoenix sagte er im Oktober 2020 hingegen Vergleichbares. John Ioannidis erste Corona-Daten im Jahr 2020 waren ihm ebenfalls vertraut. Aber seine Aussagen hätten nicht mit den eigenen Daten und denen anderer Wissenschaftler übereingestimmt. Alles gut. Paul-Ehrlich-Institut kümmert sich um die Arzneimittelsicherheit. Die Luft im Raum war mittlerweile verbraucht und steckig, die Sonneneinstrahlung kräftiger geworden, der Tag fortgeschritten. Gegen 16.30 Uhr trat die Expertin aus dem PII, Dr. Brigitte Keller-Stanislavski, in den Ring. Sie hatte keine Begleitung dabei. Ihr war ein Fragenkatalog im Vorfeld zugegangen, auf den sie sich vorbereitet hatte. Dass der Vorsitzende dann anfangs die Reihenfolge der Fragen nicht einhielt, brachte die Fachärztin für klinische Pharmakologie etwas aus dem Konzept. Sie stellte ihre Tätigkeit vor. So sei das PII zuständig für die Chargenüberprüfung, die Überwachung und Zulassung der Impfstoffe und dem Bundesgesundheitsministerium gegenüber berichtspflichtig. 700.000 Personen nutzten die Safe-Wag-App des PII. Was geschieht mit den Daten? In ihrer Abteilung habe man die Produktinformationen zu den Covid-19-Impfstoffen erstellt. Die Aufklärungsblätter je nach Wissensstand angepasst. Informationen auf der Homepage veröffentlicht, etwa zum anaphylaktischen Schock durch Impfung. Dazu sei am 23. Dezember 2021 das erste Mal eine Meldung gekommen. Empfehlungen und rote Handbriefe wurden erstellt. Die Verdachtsfälle von Nebenwirkungen wurden zusammengefasst, bewertet und berichtet. Zu Impfrisiken und Signalen wurde Stellung genommen, etwa zu Myokarditis, Lungenembolie und Menstruationsbeschwerden. Eine Kooperation mit der Europäischen Arzneimittelagentur EMA finde statt. Sie selbst sei Mitglied im Sicherheitsgremium der EMA gewesen. Die Ärzte müssten die Impfnebenwirkungen dem Gesundheitsamt melden. Ist die Nebenwirkung auf die Grunderkrankung zurückzuführen, gäbe es keine Meldepflicht. 700.000 Personen nutzten die Safe-Wag-App des PII. Eine Datenmenge, mit der sicher einiges anzufangen wäre. Aber es war nichts darüber zu hören, wie diese Angaben vom PII genutzt werden. Ihre Aussage nach wollten die Krankenkassen anfangs nicht mit dem PII zusammenarbeiten. Aber es sei jetzt eine Zusammenarbeit des PII mit dem RKI und den Krankenkassen in Gang. Nach etwa drei Jahren. Dass die Krankenkassendaten der Betriebskrankenkasse BKK längst vorliegen und leider bisher nicht berücksichtigt wurden, ist bekannt. Impfnebenwirkungen in Brandenburg Für das Bundesland Brandenburg habe es bisher 5860 Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen gegeben. Darunter 336 Kinder, 1527 schwerwiegende Fälle und 88 Todesfälle. Also beinahe drei pro Monat. Denn Impfbeginn war im Dezember 2020. Um zu prüfen, ob es sich um einen Impftod handelt, würden die Kriterien der WHO angewendet. Eine Nebenwirkung sei schwer, kausal nachzuweisen. Es gehe darum, ob eine Nebenwirkung konsistent sei. Der WHO-Algorithmus, der zur Anwendung komme, zeige den Grad der Gewissheit einer Nebenwirkung an. Lange wehrte die Befragung der Abteilungsleiterin, die just an ihrem ersten Tag im Ruhestand vor dem Untersuchungsausschuss auftrat, nicht. Nach einer weiteren internen Diskussion der Abgeordneten, in der sich die Öffentlichkeit vor die Tür bequemen musste, schloss man die Befragung ab. Gegen 17.30 Uhr verließen die Teilnehmer der Sitzung langsam das Landtagsgebäude, das ehemalige Stadtschloss am Alten Markt in Potsdam. Am 13. Oktober findet die nächste öffentliche Sitzung statt und die Befragung von Brigitte Keller-Stanislavski wird fortgesetzt. Allen an der Corona-Aufarbeitung Interessierten sei eine Teilnahme im Rahmen der Öffentlichkeit empfohlen. Schließlich ist der Brandenburger Landtag der einzige Landtag bundesweit, in dem eine Aufarbeitung der Corona-Politik wenigstens versucht wird. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.